Sie sind interessiert an Technik oder Design? Dann können Sie hier am Technischen Berufskolleg alle Abschlüsse bis zum Abitur machen. Und das in spannenden Projekten. Ich mag den praxisorientierten Unterricht hier in der Schule. Ich mache hier mein FOR und bekomme dann einen Ausbildungsplatz. Den haben wir selbst gebaut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ich erreiche hier eine Doppelqualifikation, die Fachhochschulreihe von einem Berufsabschluss. Dieses Buch haben wir illustriert. Weil ich technikbegeistert bin, mache ich hier mein Abitur. Das ist eine Doppelqualifikation. Von der Theorie in die Praxis. Ich gehe als Metallgraf in die Forschung. Ich werde studieren. Bist du auch dabei? Bist du auch dabei? Bist du auch dabei?